ja hallo willkommen mein name ist dann die olp und ich begrüße euch zurück zu let's play dragonworks 10 over 2 in der letzten folge haben wir ein zwei eine parallelquests glaube ich nur gemacht und zwar gegen son goko und vegeta in ihren ganzen super sergeant formen und ja die mission war sehr schwer und wir haben keine andere mission und meistens will ich oft genau noch ein bisschen trainer wohl schon einige hoch trainiert haben und ja wir sind hier fortschwang ist das heißt ob story weiter und das mal gucken wie es jetzt weitergeht wie jetzt hier uns und wurde bisher keine weitere veränderung an der geschichte gemeldet mal am tower und die anderen nicht wirklich viel getan ich frage ich was sie vorhaben heute mein blick auf die zeit kann man werfen bist du mitkommen wahrscheinlich geht's okay dass uns geht wahrscheinlich geht es genau um die in diesen zeitschrift rollen was wir gehen in den gt bereich rüber was ich irgendwie nicht glaube weil dafür sind bestimmt die einen dinger da der Es gibt keine Bewegung. Es ist gut, aber es ist alles gut. Es ist irgendwie so... Es tut mir leid. Kannst du dich von hierher holen? Ich glaube, ich habe mir gedacht, dass ich mich über den Wettbewerb von Sajjern habe. Ich habe mich über das. Ich habe mich über das. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, Ich denke, dass ich nicht so richtig versuche. Aber das ist das Wichtigste. Es ist wahrscheinlich gespürt, dass ich das Wichtigste und die Wichtigste und die Wichtigste. Wichtigste, was ich hier in der Zwischenzeit? Ja, was ich hier in der Zwischenzeit? Ja, so ist es. Wenn ich die Wichtigste, dass die Wichtigste, die Wichtigste und die Wichtigste im Wichtigste. also von frisern war kein sinn hat er mal ganz am anfang gespielt wo man das wird sogar eine erklärung sein für dingens für den film obwohl er noch weiter in die vergangenheit kreist es macht nicht viel sinn ja fragezeichen fragen solche fragen sollten das ist ein schlecht zeichen die noch beschissenere zukunft von trunks aus gibt sie uns mal die ehre der maskierte mann richtung hat man so jetzt zwangsbeschützung ich hab's jetzt irgendwie nach panzer brächer gut danke das ist ja schon ein bisschen leichter gespielt aber ich hab schon wieder in die 52 aber nur abgewertet du hast hier war doch lassen kam ja und super strom schlag nein ok funktioniert jetzt auch zu sehen gemacht ja ich habe die lange von 7 18 das macht den kampf aufpassen ja wenn wir meine kraft hier ist hier meine kraft in deinem wagen weil wieso kriege ich hier nur c ich habe dennoch die doch vernichtet meine güte was wird das ranking ihr bestimmt darf doch nicht wahr sein der boden mit denen aufgewischt nicht überhaupt einmal getroffen oder so ich habe gar nicht aufgaben ja jetzt noch ein paar auf den maulen was ich auch Ich kann nur noch ein paar Mal nutzen. Ich werde es in der Zeit, um die Zeit zu verabschieden. Die Schleunze ist ein Weg. Wenn ich mich dann, dann wird es wieder rausgekommen. Ich habe noch nicht mehr gehalten. Ich werde es nicht mehr so gut. Ich werde es schnell wieder rausgekommen. Ich werde es mit mir geben. war doch war doch da kann jemand hellenspiral einsetzen Gehen Sie bitte! Diese ... ... diese ... ... diese ... ... ich ... Sie haben auch schon gesagt, mich. Heute ist es, ... und ... 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 war doch rettet den tag es ist es ist es ist es ist es ist es ist es es hat eine maske gefunden muss ich anziehen er darf nicht wahr sein aber ich war schon der gleichen attacken nun können wir schauen dann auch ein spiel war hat später und ich denke ich selber also eine geile wendung jetzt gut das kannst du auch mal weil ich den angefallen ist wie soll man so ein angriff von hinten ausweichen das verstehe ich nein das muss nicht wahr sein nein jetzt sogar da reingelaufen und nein verdammt und tschüss und seit ich als nächstes geht dann wird hier sogar noch knapp auch sehr gut mit dem kamera abgeschlossen was ich auch und 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 nicht verschwinde ich jetzt auch also vermuten was passiert ist Ich habe mich überrascht, dass ich mich überrascht habe. Was hast du denn gesagt? Ich habe mich überrascht, dass ich mich überrascht. Und wie war es das? Wie war es das? Nein, deswegen... Was? Ich habe mich überrascht. Wusste ich doch, die haben die Erinnerung von dem verloren. Von mir. Von mir und Towa auch? Du bist ja auch ein sehr guter Wettbewerb. Jetzt werde ich mich überrascht. Ja, ich habe mich überrascht, dass ich mich überrascht habe. Das ist doch... schon wieder gekocht ok nämlich eiskalt vergessen so sieht es aus verdammt okay geht so weiter einfach so ist das wirklich nur schwer da muss wir haben die zahlkampf untersucht haben aber kein meines klasse irgendwas im busch ist aber bringt sie den kopf dabei ich sollte noch wohl zeit kann man sehen ich möchte dass du mich bereit ist okay hier ist nix okay man ist draußen umsehen dann ging es auch einmal noch hier weiter nach oben ist ein quest ausgereiht mit zu kopfschmerzen und husten ja ich den ganzen tag kurs okay wir haben ja wir sagen wird so ein roten er wird damit kommen und ein bisschen kämpfen das wenn ein spaß aber ich habe mich noch gar nicht vorgestellt mit dem roten irgendwie ist extrem mächtig geworden und stiftet ärger in den bergen ich suche also jemand starken um ihn aufzuhalten du siehst ihn gar nicht ähnlich also stimmt etwas nicht dass sie die gar nicht ähnlich wort schon sagen wie sie sich aus kannst du mir helfen müssen am schluss wüten ein ende setzen okay ich wollte zahlen näher auf hause von einem stadt sind versammelt sich der mächtigste feind den sie suchen ist ja im schuh selbst die spiele machen sich bei einem schuh lustig gibt irgendwie so ein gagmanger von dragon ball dabei sind ich ging es nur im dragon ball also dragon ball und ja wo lang sollte sich da irgendwie irgendwas verwandeln um am schuh aufzuhalten und ja er hat irgendwie nur daran gedacht einfach nur daran gedacht was der schlimmste der einfach nur gedacht ich will um jeden preis am schuh besiegen dass ich ihn als cyber man verwandelt nächsten bild sieht man einfach nur wie am schuh in seiner tos pose obwohl er nichts gemacht hat er war nicht witzig da am schuh was soll hat okay weil sie den super zeiten wie es glaube ich bei 60 erwachsen zum bohren ich hier im blauen anzug zum bohren ein schlag bei uns menschen bei normalen menschen wird das sogar vielleicht stimmen einschlagen wir werden echt weg wenn sie so auf ihrem schuhraum machen wir wollen aber er könnte wahrscheinlich jeden jede person auf der welt hier mit ein schlag wegkauen und die stoff angriff dingens ist schon weil ich nicht so fast hält und den ganzen schuh aber jetzt noch mal das war diese eine verwandlung hallo warum ist denn super böse nicht also diese eine super form hier auf diesen ganzen böse ist dann ja von zell und dann weiß ich noch nicht ja nein der macht mich da muss stimmt hier nicht ich hatte einen hauer älter schon macht uns platte super strom hat er zieht nix ab auch damit bei neob rufzahn faust alter jetzt lieber schon einen eigenen part machen können ja oder nicht so viel ausdauern so mein gott das level ist er 70 alter bekommen ich wieder aufpassen sehr gut ja mann das ist keine ausdauern naja und komme er hat nichts abgezügt also wenn wir mal kurz ein paar sekunden auf mein gott und da kommt nichts mehr schon ein eigener charakter auf das funktioniert mal ein bisschen zu spät einfach abgebildet der pfiss naja das liegt einfach am bogen ja wie kann man so den angriff von hinten aufreißen damit blocken oder irgendwie gar nicht der folgte aufbauten aufpassen das setzte ein spirit ball nein warum treffe ich nicht eine tatsache ist nicht wahr auch in seiner dünnes animationen arbeit super strom da darf es nicht wahrer super strom da wird sich verarschen ich war dann noch mal treffen damit sagen wir heute euch schreiben das irgendwann auch voll schief nein ich glaube ich habe mich auch nicht los nein das gibt es ja nicht und sagen wo ziehst du in meiner nein mein meister was ist auch verfresse gegeben weiter klingt umfassbar und unmöglich aber es ist ja noch irgendwas los sie klingt so bedrohlich ja zusammen kannst du mit uns aufnehmen das hat überhaupt mit gekämpft aber ich hoffe ja im schuh geht es gut weil auch manchmal noch eine kreuzkummer weiter ist von mir irgendwann noch an egal weil sie ja los und wer bist du in der idee wenn man natürlich noch möchte bloß dass du mich vergessen hast doch irgendwie schon mehr zeit lang gegen die wo kämpft hat sein früheres klassenkamerad rivale der dennoch trainiert jetzt bin ich sogar ein ziemlich zäher krieger fuß hast du auch eins so war es das merke ich an deinem temperament wir haben dazu nicht sagen jetzt legen wir los hier komme ich ich weiß nicht wer das ist da habe ich nie getroffen oder aber okay wenn du mein rival bist dann muss ich kaputt man wie soll man dann ausweich nicht verstehe ich ja ich bin doch ziemlich wenig zeit in action zu verzeiht in action kann gegen mein anderes ich wollte ich jetzt nicht als überzeit und antreten wenn er sich nicht auch in superzeit und verwandelt deswegen ja die am schuh verwandelt ich mich nicht hin zu passen ja jetzt wahrscheinlich auch eine zeit sind da wieder schaden einfach aufhören und nicht auflade man muss rechtzeitig hier drücken so wieder was gelernt von bernd so war strom man untergegen sein auch ehrlich hat sich nicht dann gekauft dann ist er auf die erde geprallt dort haben wir auch gemacht was hat ausgezeichnet ich bin dragon ball bitte schon dabei bist das wäre nett von die ich kurz dann kann ich ein paar band glaube ich ne auf eine fälle ich mal wieder also ich glaube ich weiß wo dein stadt herkommt du kennst du das nie an jeden preis vermeidet ist kein wunder vier sternen bei uns nichts mehr zeit spalte wenn bad also wenn ich kärz der corporation da ist nämlich der einzige mit mir noch fehlt hier so 16 prozent oder so und ich weiß nicht wieso da gibt es neue sachen zum kaufen glaubt nicht schnell ist erst mal ein art hier zählende machen glaube ich doch dann zeigt man kommt man zu badauk 60.000 gesundheit ausdauern grundangriff trainings tempel gehe ich davon nicht alle die musik aus jahren wie ein fans erzählen den nennen den nennen den nennen den nennen den nennen den nennen wir haben wir hatten wir haben ja bewusst stoff aus dem feuer einen kamera hinter die ab ok sind koki exo vor allem kino und ein gegner zu wenden dann sprichst du in der luft strafen zieht und schnell mal herum wenn man soll jemals neues jemals neu ich sage ich bin die part hier sie uns an hey ja mein bild entfernt hier hat man nicht wahr sein muss ich eben hier stehen gut wie ich sagen ich wende part hier sehen uns an in der nächsten folge wo wir was weiß ich machen werden wahrscheinlich parallel jetzt mal schauen ich bleibe mich alle zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten fall